Wunderschöne, grüße dich miteinander. Herzlich willkommen auf youtube.ch Marco Zissert, an meiner Seite der Bregi aus dem schönen Wallis, eigentlich aus dem grossen Berlin. Auf das kommen wir später noch, vielleicht ist es umgekehrt. Was ich aber definitiv nicht unterschließen will, ist wo wir sind. Ein wunderschöner Unisono-Bistro aus Steffisburg. Hier unten gibt es immer Links, da gibt es selbstverständlich auch einen Link ins Bistro. Da gibt es noch leckische Schalen mit Cappuccini, Kaffee etc. Genug der Werbung und gleich Prägung. Du bist lange genug im Musikbusiness. Kann man heute überhaupt noch Musik machen, ohne sich als Werbeschlampe zu verkaufen? Als Werbeschlampe? Ja, ist doch so. Spielst du das beste Keyboard oder spielst du das, was dir zahlt wird? Ja. Beides. Ja, auf jeden Fall. In meinem Fall jetzt. Man merkt es ihr zufrieden mit meinem Equipment, ja. Das ist ein echter Profi, oder? Ja. Wie lange machst du, ich sage jetzt professionelle Musik schon? Als Broterwerk, wenn man das mal als professionell wird? Ich würde sagen 10 Jahre, das ist ja immer ein fliessender Übergang in das Ganze. Aber eigentlich 10 Jahre ist eine gute Aufgabe. Hast du schon brutal viel gesehen? Von Florian Ast über Natascha bis zuletzt die Berliner Club-Szene. Mhm. Das finde ich noch spannend. Also vom Mundart-Klimper aus dem Wallis zum Elektronika-Türftler in dem kosmopolitischen Berlin. Wie ist der Weg entstanden? Ja, das ist natürlich immer, du findest immer das attraktiv, was du nicht hast, oder? Und der Gegenpol zum Wallis, der vielleicht noch recht natürlich ist, ist das grosse Stadtfeeling in Berlin. Und ich bin auf meine Kosten gekommen. Aber ich habe eigentlich viel früher schon angefangen elektronische Musik zu machen. Mit 18 bin ich zusammen mit einem Kumpel, sie sind in den Herbstferien, sie gehen arbeiten, gehen bügeln und haben irgendwie mit einem bescheidenen Stundenlob, in einer Fabrik, das ist noch darum gegangen, so Batterien mussten zusammensetzen, also Fliesbandarbeit, aber relativ gut und halt bezahlt für das gewesen. Haben wir nachher so die erste Elektronik mit dieser elektronischen Musik gemacht, mit 18. Im Wallis? Ja, im Wallis. Wo ist der nächste Club am Wallis? Ja, wir sind ja nur schon froh gewesen, dass wir Strom hatten. Also Club, ja. Das hat recht früh angefangen. Ich glaube, als Musiker laufen viele Sachen parallel. Und wenn du mich jetzt auf das Mundart ansprichst, das ist klar. Ich habe mit vielen Mundart-Bands mitgespielt, aber das war nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Und dann, für mich ist das immer auch der Traum gewesen, dann mal das andere Interesse zu beliefern und dann wirklich ein Jahr lang zu widmen in Berlin. Wie bist du, warum Berlin? Viele sagen doch in Sachen Musik ist England der Shit, oder? Müsstest du London oder so? Berlin ist gerade in elektronischer Musik ganz sicher auch der Shit. Ist wirklich auch hoch im Kurs. Hat auch eine recht lange Vergangenheit, was elektronische Musik anbelangt. Und für mich ist es auch noch interessant gewesen, es ist die gleiche Zeitzone. Wenn ich mir jetzt vorgestellt habe, wenn ich auf L.I. gegangen wäre, oder es war anders, mir ist es wichtig, dass die Leute, die ich hier auch noch kennengelernt habe, die, die ich kennengelernt habe, auch noch, dass ich Kontakt zu diesen Kollegen kann. Dass das eigentlich im gleichen Strip bleibt und von dem auch unproblematischer ist. Und das wäre ja London jetzt auch gewesen von dem her. Aber mich hat einfach ganz klar auch die Stadt... Es ist schlussendlich ein Stück weit auch eine finanzielle Überlegung. Berlin ist eine sehr billige Stadt. Ehrlich? Du kannst für 6-7 Euro ein wunderbares Nachtessen haben. Okay. Und das ist einfach ein geschichtsträchtiger Ort. Das hat mich ganz, ganz vieles in Berlin angesprochen. Also du bist nicht 365 Tage, 24 Stunden und Tage Musiker gewesen? Nicht nur, nein. Ich habe hier einen guten Mix gemacht. Ich habe schon die Stadt kennengelernt, mit vielen verschiedenen Lead-Up gemacht. Ich habe viel Zeit in die Musik investiert. Wie muss ich mir das vorstellen, so einen Tagesablauf? Gehst du die Klinken putzen, von Schuppen zu Schuppen? Das ist einfach eine Elektronik. Ich möchte bei euch ein bisschen Live-Sound machen. Oder du vergrabst dich mehr. Und du tust mit deinen Geräten, deinen Instrumenten, was du irgendwie in der Welt machen kannst. Oder gehst du morgen eine Stunde spazieren, Inspiration gesammeln und danach... Ja, das ist auch nicht zu kurz gekommen. Ich habe mich ein bisschen... Ich bin einer, der mich immer selber wild beschäftigt und ziemlich viel zu tun will. Für mich ist immer das Leidste, wenn ich das Gefühl habe, jetzt läuft es zu wenig. Und dann habe ich mich vorsorglich mal zuerst in zwei Schulen eingeschrieben, wo elektronische Musik ist unterrichtet worden. Und das heisst, also mein Tagesablauf hat zum grossen Teil auch damit zu tun, ich bin wirklich fast ans andere Amp von der Stadt gefahren und habe dann nachher mit Litfa 40 verschiedenen Nationen zusammen elektronische Musik gemacht. Also Kontakte sind da zusammen gelaufen, viele Inputs, super Gesprächssachen, die ich mir vorher nie überlegt habe in der Schweiz. Das war wirklich ein Abstand gewinnen zur Schweiz, vielleicht auch zur Musik-Szene in der Schweiz. Und das ist ein grosser Teil, so ein grosser Teil nachher halt wirklich im eigenen Rhythmus kennen, in einer Wohnung. Die Zeit habe ich aufgesteckt, mein Wohnzimmer war voll mit jenstem Equipment, welches ich hier habe. Die Videos verlinken wir zu seinem YouTube. Ja, ja. Das ist wirklich eine geile Perspektive. Da hat er wirklich einfach sehr viele Tasten, irgendwo ein Gering und inzwischen so, hängt es wohl, die hochkommen oder so. Lämpchen. Es ist immer ganz wichtig, dass es immer blinken muss. Was ist im Moment elektronische Musik? Was ist angesagt? Was ist wichtig? DJ Bobo ist ja nicht dort, oder ist das nicht mehr elektronische Musik? Das ist ganz klar, auch nur elektronische Musik. Ich glaube, das ist ja so ein Begriff, was ich dir auch etwas anderes dabei vorstelle. Ich glaube, es hat immer programmierte Anteile. Und da findest du eigentlich vom Hip-Hop bis zum Techno, verschiedene Genres und Subgenres und Dance-Pop und alle Stile, die immer einen elektronischen Abteil haben. Und ich glaube, das Interessante ist ein Stück weit euch, dass aus meiner Perspektive die menschliche Komponente immer einen größeren Einfluss genommen hat. Wenn du die allererste Technos gelöst hast, ist das ein auf dem Raster fast stur durchprogrammierte Beige, der mal ausgesetzt und wieder eingesetzt hat. Und heute hat sich das natürlich viel mehr entwickelt, dass die Grooves in sich anfangen besser zu leben oder anders. Es ist eine gewisse Imperfektion, die dir eingegangen ist. Also du als Mensch, kannst du wie ein Gitarist, du kannst direkter auf einen Track, unmittelbar auf diese Elemente vom Track, einfach einfluss nehmen. Ja, oder du tust einfach mal einen Beat, also du hast so einen kleinen Drumcomputer, kannst du nochmal so mit aller Imperfektion eigentlich da einspielen. Also von Hand, Maruela, Nitz, 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 Nitz. Du kannst den Beis transsetzen, das Nerd, Hayat und das hat nachher wie ein eigenes Leben auch. Und das finde ich auch sehr interessant, solche Geschichten anzunehmen. Du hast vorhin gesagt, du bist mit Leuten aus vierzig anderen Ländern in dieser Schule gewesen. Wenn man jetzt jede grössere Musikstadt in Europa anschaut und zusammenzählt, dann kommt man sofort auf ein paar hundert Leute, wenn nicht ein paar tausend Leute, die irgendwo im gleichen Teich fischen. Wie hältst du dich ab? Ja, was mir aufgefallen ist, ich bin da nicht unbedingt der Jüngste gewesen, weil viele Leute, die hier sind, in diese Schule gegangen sind, gerade kurz vor einer Matura hinausgelaufen und direkt auf das Berlin. Gott sei Dank, habe ich das nicht so gemacht. Was hast du für ein Jahr gegangen? 81 Jahre. Das hänge mich ein bisschen. Das wäre damals für mich nicht das Richtige gewesen, direkt nach einer Matura das zu machen. Wie hältst du dich ab? Ich glaube, ich habe einen anderen Background als Musiker. Ich habe sehr viele Urbans gehört und es gibt viele von diesen jungen Leuten, von diesen jungen Produzenten, die absolut top sind und sich direkt mit der Software auseinandersetzen, schon seitdem sie 13 Jahre alt sind. Das ist viel, wenn ihr das nachher anschaut. Und die haben auch einen absoluten schnellen Zugang zu dem Ganzen. Das ist fantastisch. Aber sie haben sich wahrscheinlich weniger mit anderer Musik auseinandersetzt. Und der grosse Unterschied ist sicher, ich kann an das Klavier sitzen und spielen. Ich habe das von Grund auf das Instrument gelehrt und auch in verschiedenen Stilistiken in Stuttgart gewinnen. Ich glaube, das hat die Sicht auf die Musik oder die Art, wie ich in Sachen produziert habe, vielleicht abgehoben gegenüber den anderen. Also können wir es auf einen einfachen Nimmer bringen. Ich denke, top ist Musiker, der zu programmieren will. Und ja, wir sind Programmierer, der zu programmieren will. Ja, das verkauft sich natürlich sehr gut mit einer guten Schlussfolgerung dazu. Ja, vielleicht tatsächlich, der Ausgangsweg ist vielleicht ein bisschen anders. Es gibt wirklich halt auch viele Jungs und Top-Produzenten, die nie ein Instrument gelehrt haben, aber sicher an einem Computer dran sitzen und nachher anfangen mit, vor allem mit Syntesis, Sounds zusammen zu biegen. Und zum Beispiel Dat Maus. Der hat nie einen breiten musikalischen Hintergrund. Zumindest er sagt es im Interview. Er probiert und das klingt, und nachher klingt es anders. Und dann kommen andere Resultate nachher raus, als vielleicht jemand, der jetzt gerade mit seinem klassischen drei Akkordschema versucht, irgendetwas zu machen. Also es ist mehr ein Soundtüftler? Ja, nicht nur, aber er geht wahrscheinlich eher von dieser Seite nachher an. Bist du auch immer ein bisschen suchend gewesen? Nach Klang oder Sound? Mhm. Als Pianist, wenn du in der Wand spielst, hast du ja die Möglichkeit, dein Klavier auf die Bühne zu schleppen. Und das machen ja die wenigsten Leute oder haben die wenigsten Leute die Möglichkeit. Und dann hast du natürlich ein Keyboard. Und mit dem Keyboard hast du sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Sounds zu programmieren. Das ist auch normalerweise. Also ich habe zuerst einmal mit einer Schielerband angefangen, die ganz verschiedene Lieder nachspielten. Und dann tust du dich immer mit dem Sound auseinandersetzen. Und du versuchst gezielt, der Sound zu kopieren eins zu eins, wenn du eine Coverband bist. Und das ist eine neue Typ-Aberstellung für dich als Keyboard. So versuchst du möglichst nahe daran zu kommen. Also du bist immer auch Sound-affin. Wie tönt der Pregi Sand? Hast du das schon gefallen? Ähm, vielleicht wird das, also im Idealfall entwickelt sich das weiter, also über die ganze Zeit lang. Ich glaube, ich habe ein paar stilistische Merkmale, wenn du zum Beispiel nur das Klavier- oder das Keyboard-Spiel anschaust, dann gibt es wirklich auch andere Leute, die mir sagen, hey, du hast recht viele Bilder, das kommt darauf an, dass ich viel Toto gelöst habe, von David Belsch, vom Keyboarder von Toto, recht viel Einfluss da drin. Aber auch sehr viel, wenn ich mal ein Colsch-Zieg spiele, zum Beispiel von Coldplay oder die ganze Britpop-Scene. Das sind so Aufhänger. Aber das ist nur rein, wenn du ins Klavier kommst. Aber wenn es darum geht, jetzt die Tracks, zum Beispiel The Beach, die ich gemacht habe, dann finde ich doch, der hat recht viel eine Eigenart, wo ich einfach Zeit gemacht habe, wo ich so noch nicht gehört habe zumindest. Okay. Dann möchte ich mal Sachen ausprobieren. Oder willst du einfach mal drinnen klicken, dann könnt ihr das sofort beurteilen. Gibt es eigentlich überhaupt irgendeine andere Möglichkeit, als in der Elektronik neue Sounds zu kreieren? Du hörst immer wieder, es ist eigentlich alles schon mal gespielt worden. Ja, ja. Es ist alles schon mal gehört worden. Ich glaube schon. Also, du meinst immer der Form von neuen Instrumenten erfinden. Ja, neue Sounds, neue Klangkombinationen, neue Tonfolgen. Schwierig, es gibt etwa zwölf Takt. Zwölf, oder? Ja, morgen ist fertig, oder? Ja, ja. Habt ihr das gemerkt? Ich bin immer noch nicht Musiker geworden. Ich brauche auch nicht alle Zwölf. Genau. Das ist kompliziert. Das kann man reduzieren, das kann man gescheit machen. Nein, also, es gibt ja noch andere Kulturen, indische Kulturen, mehr andere Zwischenräume. Okay. Ich glaube, ja, es gibt es, man hat ja immer wieder so, es ist immer die Frage, was, 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 was du selber als extreme Weiterentwicklung definieren? Ja. Zum Beispiel für mich, zum allerersten Mal, als ich die erste Dance-Pop Techno-Nummer gehört habe. Ich glaube, das ist irgendwie im 90, oder im 91, zwei, da oben ist das gesehen worden. Bobo. 25 Jahre Bobo, oder? Ja, genau. Das ist genau, das ist genau die Zeit gewesen. Dann ist für mich, als Kind, wie so eine Welt, das hat auf einmal völlig anders geklungen, als alles andere, was da war. Und ich weiss schon nicht, ob man nur mal so einen krassen Sprung auf das Mal herkriegt. Ich glaube, das sind sicher alle Lieder, egal ob der Sound gefallen hat, oder nicht. Aber von 90 bis 96, 97, das war ein Stream Parade gelaufen, und so, das ist recht total anders gewesen. Das hat selbst jeder Musiklein gemerkt, das ist eine andere Musik, als das, was wir bis jetzt kennen. Ich glaube, der Sprung wird nicht so gross sein, aber auch innerhalb von da hast du, ja, das wird sich alles weiterentwickeln. Ich weiss jetzt nicht, wo wir in zehn Jahren stehen, ich muss sagen. Ich habe nur noch ganz abstrakte Geräusche, hier so irgendwie wie eine Tasse aneinander klingen, und das, ja, ich weiss es nicht. Wir leben mit Pixelschrott, so ein solches. Ja. Wo willst du her, jetzt, bist du zurück von Berlin, hast du es nicht mehr geschafft, in das Loch durch, bist du in Bern gestartet. Ja, also, freiwillig. Warum, warum, in Bern, und nicht nach Hause, ins Wallis, hat es halt gleich damit zu tun, dass man in Bern noch ein bisschen zentraler, und wenn man sich vernetzen will, zurück auf Berlin, Vernunftentscheid. Ja. Also, wenn du jetzt von Berlin wieder zurück, direkt ins Wallis würdest ziehen, das ist, glaube ich, ein grosser Kulturschock. Also, Bären gefällt mir super, als Stadt, es ist wirklich einigermassen noch vom Wallis gelangen, natürlich, mit dem Zug bist du schnell da, hast du die älteren Freunde im Wallis besucht, das hat alles Vorteile, hat aber natürlich den super Vorteil, ich habe viel mit der Müsungszelle in der Schweiz zu tun, wenn du im Wallis wohnst, musst du einfach wissen, dass du, wenn du einen Auftritt hast, nicht mehr durch das Loch durchkommst. Das heisst, du musst umfahren, oder du mietest halt irgendwo, du bist in ein Hotel und so, das wird dann auch einfach mühsam, genau, und die Zeit natürlich, oder? Die forschen unten um, das heisst, für dich, wo alles heisst, auf BW, kämpfen sie, ist auch schön, aber jetzt, in der Nacht, und dann bekommst du nichts mehr. Es gibt Spass in der Strecke, in der Nacht, das ist ja so. Das wäre eine absolute Wahlstatt für mich. Und wo zieht es dich her, was machst du jetzt aus dem, was dann präge ich? Ja. Das ist jetzt eigentlich, eben, lange im Business, oder? Aber erst jetzt auch solokunstlich aktiv. Ja. Ähm, ich gebe dem Zeit, ich glaube, was, nach vielen Überlegungen, ich will nicht irgendwie sagen, mich selbst damit zu stressen, und sagen, nach sechs Monaten will ich hier sein, nach einem Jahr will ich da sein. Ich bin beständig daran, etwas weiterzuentwickeln, es sind immer kleine Schritte, aber wenn ich mich jetzt da der mitgewältigen Stress an sage, ja, in einem Jahr müssen ja so und so viele Gigs haben und so viel verdienen, dann würde ich mir selber eigentlich das, was mir Spass macht, daran kaputt machen. Das ist mir ein Freiräumen ein Stück weit, und ich schaffe auf ein Ziel hin, aber ich sage nicht, wenn ich das Ziel einleite. Was ist das für ein Single, das du bei Kytale hast? Ist das jetzt einfach mal ein Start, oder ist das eine langfristige Geschichte? Nein, das ist im Sinne, das ist die erste Single, die gesigned ist, und es sieht ganz gut aus, dass die nächsten Single zu euch gesigned werden, also es ist gegenseitiges Interesse da, und ich bin da sehr froh darum, das ist ein Mensch, der daran arbeitet, der sich mehr mit der Marketingseite auskennt, und die Zeit ein Stück weit investiert, und das ist natürlich, ja, wieder ein kleiner Schritt, aber einer in die richtige Richtung. Album? Ich habe das Gefühl, irgendwann ist das für mich euer Ziel, jetzt komm mal zuerst singen, dann kommt ein EP, und dann kannst du ein Album machen. Ich habe das Gefühl, wenn du, also, ich sage jetzt mal, die junge Band, die junge Musiker, die direkt ein Album raus auf den Markt schießt, niemand kennt dich, ja, du steckst irgendwie 10 oder 12 Songs da drin, und dann puff, der Effekt, der macht bumm, nachher ist es weg, oder? Ich finde es interessanter, und auch lehrlicher, auch für mich persönlich, weil du halt so schrittweise, du gibst mal ein Ding erlösen, gibst mal eine zweite, du bist vielleicht wieder am Telefonieren, machst wieder neue Kontakte, vielleicht lehrst etwas daraus, und sagst, ja, das nächste Mal mache ich es dann ein bisschen, wenn du direkt einfach 12 Songs rausschießest, das interessiert, glaube ich, jetzt, wenn du nicht schon bekannt bist, interessiert das Wort mit wenigsten Leute. Die Frage, die man in der Schweiz auf ein Maus stellen, mit Zwischigemalern-Single und so ein bisschen YouTube-Tüfte allein, hast du noch nicht gelebt? Nein. Was ist dein Brot der Wert? Gehst du nachher eine Musikschule machen, oder gehst du gleich wieder Schlamper-Jöpke machen, wo du einfach spielst, was du dir auch immer sagt, hauptsache den Schotterstimm? Habe ich nie müssen. Okay. Habe ich nie müssen. Ich war immer in einer glücklichen Situation, dass ich wirklich, ich sage wirklich, acht oder neun neun Prozent, wo ich gespielt habe, egal ob im Studio oder auf der Bühne, habe ich absolut die Freiheit an der AK. Okay. Ja. Das ist ein Privileg. Ja. Ich habe für mich auch immer gemerkt, bei so einem Musical weiter zu rutschen, das ist nichts für mich. das ist für mich der Dunkel einfach nur meine Perspektive, also mehr der Fiesbond-Job. Das wollte ich nicht. Ja, wie mache ich das? Ich bin wahrscheinlich auch an zu vielen verschiedenen Baustellen tätig, wenn man ehrlich ist. Nein, ich gebe, ich gebe, ich gebe, einfach mal die Keyboardstunde in Düdingen. Und nachher gebe ich Stellvertretung als Lehrer. Okay. Ich bin ja Gymillehrer. Ja. Und dann habe ich damals in Bayern eine Stellvertretung gemacht. Und jetzt im Emmental in einer Realschule. Und nachher habe ich ein Start-up im Aufbau noch. Und dann kommt er noch. Big Digital Business. Nein, nein. Es ist nicht digital. Nicht digital? Im ehrenzwanzigsten Jahrhundert? Ja, nein. Das ist so. Das machen wir. Ja, ich mache das separat. Check. Ja, genau. Und ähm. Ich mache das nämlich cleverer. Jetzt habe ich einladet und erster. Ich habe eine gute Ganda da. Das hast du gesagt. Nein, nein. 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 Und ja. Aber so viele verschiedene Sachen, die parallel laufen. Und ich spiele natürlich im Moment mit George. Ja. Und ja. Immer mal wieder hier. Hast du mal Studiojob oder hier etwas. Also es sind glaube ich viele Sachen, die miteinander laufen. Ja. Keine Angst, dass die Inspiration zu kurz kommt. Ja. Das ist etwas, was... Ja, das musst du schon irgendwie können. Du hast so viel Einfluss auf viele verschiedene Welten. Dass du dann gleich mal kreativ bleiben kannst. Das kann glaube ich auch nicht jeder. Ich weiss nicht. Also wenn du Musiker bist, bist du ja ein bisschen kreativer Mensch. Sonst hängst du das ja nicht zu deinem Beruf gemacht. Ja. Und das ist etwas, was ich niemals darum verliehen musste. Oder so. Aber jetzt so total kreativ geworden. Da sprudelt es. Du hast dein Handy da, nimmst du eine Idee auf, siehst du etwas ein. Oder holst du es fest. Und das sind so Wellen. Und die kommen eigentlich immer wieder. Ich hätte jetzt nie Angst gehabt, dass... Das mit der Idee uns gar nicht eher... Die Tagenteilung ist bei mir das Problem. Den Filter setzen sie auf. Weil ich... Ich habe da eine Idee. Setz dich jetzt um. Weil ich lasse es wieder sein. Ja. Also liebe Leute. Demmal ist es dankbar, wenn ihr hier unten seine Socials anschaut. Was auch immer. Facebook, Youtube, Twitter auch. Ja, das Twitter, Instagram ist besser. Ja, sehr gut. Und wenn ihr ihm vielleicht mal Feedback gegeben habt, wenn er schon das Gefühl hat, er sollte sich manchmal der Filter zu wenig. Das herzendet ihr in mir. Genau. Das ist ein Fakt wie verrückt. Ja, vielen Dank für dich, Adric. Und... Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke.